Die STI GmbH ist Spezialist in den Bereichen Lieferketten-Sicherheit, Sicherheitsschulungen und Luftfahrtsicherheit. Die Herausforderung in diesem Job ist es, dem Passagier das Maximum an Sicherheit zu bieten, alle europäischen Richtlinien, die es in dem Bereich gibt, umzusetzen und den Passagier mit einem guten Gefühl weitergehen zu lassen in Richtung Maschine. Es gibt Passagiere, die bedanken sich für eine gute Kontrolle und für den Umgang mit ihnen und bei anderen führt es natürlich zu absolutem Unverständnis, dass bei einem einzelnen Passagier absolut verständlich ist, weil er selber weiß ja über sich, dass er nicht der Terrorist ist, den wir gerade abhalten wollen. Die Sicherheit von Menschen und Gütern, das ist unser Anliegen. Wir vermitteln das Wissen mit hochqualifizierten Schulungen. Wir haben im Wesentlichen eine Produktreihe, die da heißt OTS, Operator-Training-Systeme. Die darauf abzielt, Fluggastkontrolleure, die an Sicherheitsschleusen, speziell an Röntgengeräten arbeiten müssen, zu schulen, damit sie die Welt sicher machen, sage ich so schön, damit sie gefährliche Gegenstände im Röntgenbild dann auch erkennen. Das heißt, das kann sein eine Waffe, das kann sein ein gefährlicher Gegenstand wie Messer, Schere, was immer unter diese Kategorie fällt, oder im schlimmsten Fall halt eine gebastelte Bombe, die es zu identifizieren gilt. Exklusiv arbeitet unsere Trainingssoftware OTS mit den Originalbildern der Röntgengeräte. Weltweit setzen Luftfahrtbehörden, Flughafenbetreiber und Fluggesellschaften dieses System ein. Des Weiteren haben wir auch eine Web-Plattform inzwischen, wo wir andere Themen schulen, wo wir Themen, die wir auch in der Präsenzschulung anbieten, speziell im Aviation-Security-Bereich als auch in der Lieferkette, um hier die entsprechenden Kunden zu unterstützen und zu schulen. Die STI GmbH ist der Spezialist für die Lieferketten-Sicherheit und unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung der Sicherheitsprogramme. Die sichere Lieferkette hat zum Sinn, dass Luftfracht vom Herstellerort bis zum Flugzeug so bearbeitet und so transportiert wird, dass Manipulationen ausgeschlossen werden können. Das heißt also, es muss verhindert werden, dass sich Täter die Lieferkette zunutze machen, um dort unkontrolliert gefährliche Gegenstände einzubringen. Dazu sind verschiedene Beteiligte gefragt. Das geht los beim Hersteller über den Transporteur oder Spediteur bis hin zu den Umschlagsunternehmen auf den Flughäfen. Mehr Sicherheit für alle Fälle. STI Security Training International. STI Security Training International- STI Security Fashion